So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine weitere Winterfestaufgabe gehen und zwar nennt sich das Ganze hier Durchsuche Kühlboxen. Was damit ganz genau gemeint ist, werde ich dir jetzt zeigen. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neuer seid, würde mich sehr sehr freuen und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Ihr müsst auf jeden Fall nach Dirty Dogs hierher kommen. Ihr seht es da, ja oben steht schon mal Eis und das hier soll so eine Eisfabrik sein, denke ich mal. Da geht ihr einmal hier durch die Tür und dann seht ihr hier sofort diese Frostboxen. Die gibt es hier haufenweise. Ihr müsst ihr einmal dann durchsuchen, dann könnt ihr hier wieder eine durchsuchen. Also davon gibt es hier überall, also so gut wie überall welche. Warte mal. Ah, hier ist sogar direkt noch eine. Habe ich gar nicht gesehen und da kommt echt der krasseste Loot raus. Ihr seht es ja hier gerade selber. Also ich glaube in Solo muss es schon krass sein. Oh, das ist ein Gegner hier. Oh, ciao Gegner. Ich habe gar nicht gecheckt. Ah, stimmt, ich bin auf der gegnerischen Seite. Aber ihr seht es ja hier selber. Hier ist noch eine, da noch eine, noch eine und hier kommt echt nur sowas raus. Und ich markiere euch das Ganze mal hier auf der Karte. Ganz genau hier befindet sich diese Eisfabrik. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video.